So viele Sachen wie der Traitor Ich bin da, ich bin da Du bist nicht so okay, du Zombie Nein, ich bin reingeschossen, Digga Wobei er das mir nicht gemacht hat Komm, wir machen einen Patronstest Okay Patronstest, okay? Oh, du Bitch! Ach, hier war sich der Interessante Ah, da schießt noch einer unten im Untergrund Der zweite ist da unten Aber wo, wer schießt mich ab? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Du hast mich auch... Ich hab noch mich Lass mal Vertrauenstest machen Warte mal, wer ist der zweite ist? Es gibt zwei Traitor, ne? Damit ihr Bescheid wisst Ja klar, Bro, du bist ja tot Hättest du dich wieder geblieben, wäre eine Leiche weg gewesen Hätte ich ja gewusst Kein Ding Wer ist denn der zweite Kick? Ich müsste umschützen mich Ich bin innocent Ich hab einen Traitor gekillt, Hilfe Ich bin, äh, hier Ich war auch Traitor und hab einen Traitor gekillt, also kein Ding Wer blutet denn hier, Alter, als wäre er auf Periode unterwegs Alles klar, Bro Komm, wirfst du schon! Nein, ich hab keinen Ding Haja Safe ist es, äh, Selma Selma Nein, Sonst hätte Dommel schon unten da die Taube ins Gesicht bekommen Wer schießt auf mich? Ja wer wohl? Du? nein bro es ist immer der gleiche der auf dich ballert überlegt doch mal ja ich weiß es gibt doch nur ein der auf dich schießt da du blinde sau hier der detective mein gott von mir kriegst du eine taube alle wieso ich schenk und dinks verwundet beide ja keine ahnung ich hab nichts gemacht ich habe wache gekillt deswegen ich bin innocent ja muss ich heißen ja genau ich bin gerade mit wie heißt die hier wie heißt die hier kann ich jetzt mal was machen da da oben ist jemand ja ich muss das ich sag das königseck nee nee war schon das nee bewegen in drei sekunden ja chink du darfst nicht stehen bleiben sonst könntest du ein traiter ja dann tötet mich wohl was soll ich machen nee ich töte nicht ohne beweise oder vielleicht will ich es noch mal briss die taube ich habe mich schnell geduckt ich bin auch ganz schnell so zack scheiß geschmack mann wer ist denn diese granate ahhh es ist eine missis ich wusste es aber wo hast du denn hingeschossen ach so dass den anderen mal gekillt hinter dem haus hinten rechts ah ne es ist königseck ups oder wo ist der penner der war irgendwo an den häusern auf wen hat der den thomas geschossen das leben alle noch ach so warum hast du dir immer die taube mir ins gesicht geworfen das ist ein free kill wo bist du ich würde auch mal gerne wissen wo da ist wo ist hier ich dachte du warst das weil thomas aus deiner richtung kam ich habe mir gerade geworfen ach so ja achi was war das das war nicht so ne glanzleistung achi diga könnt ihr drauf gehst ich bin detektiv ihr bittschies wer ist detektiv ich ach ne der dümmste ist er leise aha achi du bist dangerous ja ja voila der ist halt auch mute so das ist voll süß dass er nicht steht dazu weißt du achi warum bist du mute ach so traiter shop ich hab die ganze geredet diga pass auf vertrauens test vertrauens test man fängst dich wohl ok du bekommst mich nicht ne ne geh weg töte mich nein geh weg töte mich nein geh weg nicht machen geh einfach vom dach runter dann sind wir cool ich bin auch so cool alles gut dann geh ich woanders hin das ist mir zu high aaah bedankt ahahahahaha keine lust auf sowas komm achi was komm komm er es geht 1 2 beide voll der voice crack diga 1 gegen 1 komm her komm her wir werden gesnipet von äh ah ey warum schießt du warum schießt du wer ist das auf dem snapper tower Melissa hat geschossen das stimmt gar nicht das stimmt gar nicht das war ihr seid zu dumm alter ich raf mich ja sie ist traitor sie ist traiter du was lauerst du bist traiter du bist tot du bist tot wie wer hat ihr headshot gegeben achi ich hab ich hab die angehörungen ich hab die angehörungen ich hab die angehörungen schau mal was der mit mir macht alter da müsste mir eigentlich helfen da müsste es entweder chink oder warte 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 er müsste mir eigentlich helfen ja ich bin nicht nach traiter nein nein so hab ich das nicht gemeint so hab ich das nicht gemeint also aus mein aus meiner sicht sind es entweder chink oder dings äh nein nein das ich meinte damit eigentlich er müsste zu mir halten mir helfen alter chink oder Marcel sind zu meinen Augen wenn beide drauf geschossen haben chink oder wer chink oder Marcel müssten es dann sein aber das hast du gesehen achi hast du gesehen ich hab dir den handy gedrückt oh fuck ja chink äh Marcel ich töte dich gegenseitig ich drück dir einen handy mir gleich dein handy hm was 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 komm Marcel komm Marcel komm Marcel lass den Tauern springen mit Sniper nein chink und er müssen sich bekriegen wir sind raus hast du den Sniper ja ok komm ja sollen wir machen wir drehen Digga macht keine mach keinen Deathmatch jetzt hier au äh achi ja ist dir einfach auch gefallen dass Jack ein bisschen verloren rumläuft wo ist denn der? der ist hinter dir da unten irgendwo ey wo ist der Death denn hin? der läuft ein bisschen verloren rum sag ich dir ehrlich ey Marcel war inno sense ey warum hast du dir aber gebrötet er ist hier wir haben einzigen eins gemacht warum ist der hier rausgegangen Digga was ist für ein Gros ey du bist Safe Traitor ey wir haben einzigen eins gemacht der ist zugestimmt mein Minister hat dich vorhin verraten Digga ich sag du bist es nein ich meinte eigentlich er müsste zu mir halten weil ne ich schwör auf alles töte ihn du wirst hin er ist keiner ich hab das an dass er gemeint als du aufgefasst hast warum schwörst du aber chink hat keine Bombe weil er es nicht ist ich hab mit Marcel einen einzigen eins gemacht ja ok ey guck mal wenn sie dann guck mal das mit den schwören war grad unnötig weil dann wissen wir jetzt dass es jank ist ne generell einfach bitte nicht reden wenn die Tore sind ich mag die Map nicht ey Domi ich sag irgendwie Salem ist das Digga ich kann's dir nicht sagen ich weiß Aschkebrennen Aschkebrennen das Ding ist guck mal achi guck mal das Ding ist Jake macht zwar nichts aber der läuft hier so verloren rum das ist auch ein bisschen auffällig das Ding ist ich hätte schon die Taube reingedrückt weißt du Jake 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 ist es wo ist der Pich wo ist der wo ist der ah ok Jake was los bro er geht einfach zu ihm hoch ja ich war nicht gar nicht konzentriert wieviel hab ich dir wieviel Hits hab ich gegeben wann bist du abgelenkt wa was los was er hat soviel Hits von mir in schlupf ja komm du bist abgelenkt ich schwör einfach nicht Digga Jank du bist abgelenkt ja was abgelenkt ich schwör Detective Arm na komm fast 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 oh nein wo bist du nee Jank nee drauf vertraust es ich will kurz schreien mit jemandem wegen dem Video ganz kurz ah geh weg ich mach nix vertraust es nee geh weg geh weg geh weg ich will nicht ok du bist der letzte den ich hier in der Runde vertraubau ah da ist er verreckt ja ich hab nen Schwein irgendwer hat den ich weiß hier war einer der hat den gekillt oh Marcel ist es Marcel ist es ich lebe noch ich wurde wieder belebt Marcel ist es echt wieso bin ich jetzt ja ich wurde wieder belebt Marcel ist es ich steh die ganze Zeit nur rum ja 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 Große! Scheiße, ich hatte nicht mehr viel AP. Bing, bing, bing! Ich bin wieder da! Bing, 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 bing! Ach ja, hast du es dir verloren? Naja. Scheiße. Diese Schnellfeuerwaffe hatte ich, ich habe keine Chance. Ja, was soll man sagen? Make-10 halt so, weißt du? Ja, ich schieb die gleich durch die Schichter-Schlauch in deiner Spiele mit. Man, schieb mir in den Sand! Ach, ich vertraust! Ja, wo bist du? Jetzt kriegt ihr sowas von ein Taubel ins Gesicht. Ne, Ach, ich krieg keinen Taubel. Genau, nur ich, ne? Ja. Du wirst sie auch nicht mehr ins Gesicht. Ja, wirst du hier. Wer ist das? Ich habe Proba, Magneto, Flüss, Holzer. Ich habe nichts mehr. Ok, pass auf. Later. mit Taylor. Sitze, bei Milan! Ja, wir haben durch das schon mal. Wie wäre es, wenn du dich mal verlassen möchtest? Ich weiß nicht, wo du bist. Da! Ey, mach mal da oben einen Family Strike da hoch. Marcel? Marcel ist an den Boden. Jank lebst noch? Ja. Selim geht runter in die Katakomben. Ey, ich will keinen Druck machen, aber Twitter, ihr habt genau 4 Minuten. Jank ist da hinten und Melissa ist in der Mitte. Einer ist unter dir. Domi, falls du gerade auf diesen Turm da bist. Ja, das ist Marcel, glaube ich. Ei. Ah. Komm, Melissa. Wohin? Nee, das gebe ich mir nicht. Ja, warum soll ich dich töten? Ich komme hier schon wieder nicht hoch. Z. 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 Du kannst nicht springen. Du musst auch SLG, SLG. Ja, mach ich doch, aber das klappt nicht immer. Jank? Aha, wer ist denn hier? Ja. Ich lebe noch. Wer ist das denn? Melissa ist bei mir. Wen soll ich nen saftigen Handy drücken? Soos. Melissa ist immer noch bei mir. Was geht bei mir? Was geht? Ich hab nur geschaut, ob ne Bombe bei Fischer aus ist. Ja, ist gut. Melissa, nein. Geh weg. Geh weg. Du zählst aber auf mich. Nein, guck ich noch am Boden. Du kleiner Penny-Sucher. Aber kein Sniper-Ton, lass da Sniper hausten. Scheißegal. Irgendwas war da... Irgendwas hab ich die Peng unter mir gemacht? Ja, weil... Geh... Geh... Da wurde einer gemacht mit ner Taube. Ah... Thomas ist hier wo... Bing, Bing, Bong? Wer war das? Ich hab... Ich hab nichts gesehen, keine Ahnung. Von wo kam der überhaupt? Einer wurde mit ner Taube gemacht, ja... Und noch einer Dings wird geschmissen, ey... Mit Thomas. Wohin ist der? Ich wurde... Ich wurde getroffen. Doch, die haben noch... Die können... Die können richtig viel kaufen. Boah, ich komm nicht raus. Ich komm schon wieder nicht raus. Das war doch hier irgendwo die Explosion, bist du verarscht? Wo denn? War auch hier vorne. Leben hier... Leben noch alle? Warte mal. Marcel, bist du am Leben? Ja, der steht hier. Okay. Lebst du? Der Jank ist tot. Nein, Jank geht doch da gerade lang. Ich bin doch hier, oder? Ja, dann wird... Dann wird keiner getroffen. Okay. War doch voll dumm. Nein. Dann hat irgendwer verkackt... Ich komm einfach schon wieder nicht aus dem... Dann hat irgendwer verkackt. Mit der Taube. Selim ist auf dem Turm. Oben. Wo ist der Schienstagmulch? Nein! Joke, Alter, Joke! Wer? Alles gut, sie hat dann irgendwo geschossen, aber ich habe kurz mal eine gedrückt dafür. Ja, unnötig. Ne, ich bin nicht tot, alles gut. Ist sie wohl? Oh nein, ich bin sie. Ich hab nur Spaß gemacht. Aber sie hat eine gedrückt gekriegt für die Nummer. Was ist das bei mir? Das war unfair, Alter. Ja, warum schienst du auch? Ja, weil ich's ärgern will. Arschmull! Was ist das? Das ist Cenk! 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 Oh, warte, Ari, pass auf. Ich seh den Cenk. Ja, ich bin da. Mich hat die Eier getroffen, der, sag ich. Wo denn? Ich bin hier irgendwo am Marsch der Welt. Du wirst das ja nicht. Was wirst du eigentlich? Geh weg, Alter! Hast du dich verpissen oder bist du da? Hä? Er hat eine Tom... Thomas auch... ähm... Zähl, glaube ich, gedrückt. Pfff... Das ist... Dass das eigentlich so lange dauert, müssten es eigentlich Dings Cenk und Melissa sein, weil's so lange dauert. Ja. Egal, wer seid's. Dann haben wir's. Dumber! Drei Sekunden noch! Drei Sekunden! Höldus! Das hat die... Oh! Da wird geballert, AK! Haben paar Räder gefunden. Ah, nice! Melissa, du musst... Du hast nicht mehr lange... Ah, ich glaube Melissa ist es. Ich glaube, sie ist es. Da wird geballert. Nein! Wie ich's predicted habe, ich wusste es! Was die beiden... Was die beiden... Was zu lange gedauert hat! Weil die beiden nicht so aggressiv spielen. Wie wir anderen. Ja, du hättest halt von mir Anfang der Runde halt ne Taubel in die Fresse bekommen. Ja, ebenso. Gleich... Gleichfalls. Ja! Aber eigentlich muss man jetzt Taktik ändern, ne? Da fällt's nicht auf. Stimmt. Ich find Detective... Ohohoho, Detective Conan! Conan! Abidibidibu! I'm a nackt coin! So, einmal die Traitor, eine Taube auf Dominik. Ey, se... Boah, Melissa hat mich zweimal gehittet, ja. Mit was? Cobra. Junge, 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 Sonne. Die Dessert-Igel gehört mir. Sie hat mich zweimal gehauen, aber ich hab nur noch 60 Leben, ey. Komm! Komm, Marcel! Rücken mir! Boah! Ja, Melissa! Wow! Super! Au! Ich muss dich ja töten! Der Trau... Ich müsste nicht eigentlich dafür abknallen, wa? Der Sentin? Domme! Es geht ab! Willst du die Taube haben? Ne, will ich nicht. Wer ist... Ach, ich kann! Ey! Wohin? William, ich bin... ...innocent. Vertrau mir. Vertrau uns jetzt. Ja, aber gerne Bluff halt. Das Bluff? Wo du... Wenn ich mich bluffe, dann töten! Ja, von hier aus treffe ich dich nicht. Bitte, bestimmt. Ich hab ne McTen, Bruder. Ich treffe dich hier nicht. Danke, ist bei mir. Alter, was ist das da? Party? Was sag ich denn? Tot. Bin ich tot. Du bist so eine Trigger, Pivar. Das ist der Wahnsinn. Oh! Die Frau, ey. Alter! Jetzt hat die mich schon wieder angeschossen. Ey, mein Gefühl sagt mir, dass sie es ist. Sie ist es auch. Sie haben mich jetzt schon auf 37 runtergeballert. Was ist die serious? Software. Die ist links neben dem Turm. Ey, was soll das? Beim Snipe... What the fuck? Sie ist gestorben. Den Jack! Jack hat sie getötet! Nein! Ich? Okay, jetzt weiß ich, wer es ist. Das ist doch... Ach so, ach so. Ja, alles gut. Oha! 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 Ach hier, Digga. Warum so komisch? Nein, ich bin's nicht. Warum bin ich, Mann? Ich dachte, du hast sie gekillt, weil du der Nebenstand ist, Digga. Digga. Ey, Papa. Dieser Regenbogen gerade. Der kam gerade so in der Richtung, wo Dingens war. Wo Marcel war. Geh hier weg, Digga. Marcel? Nein, aber Tommy war hier hinten auch. Ist das Ding. Er hättet ihr auch einfach da hinschießen können, weißt du? Bro, sie hat mich die ganze Zeit abgeballt. Ich hab mich zurückgeschossen. Das ist wie ich mein. Hä? Wir haben geschossen. Geht, du hast mich bitte? Ich finde es einenえiven Ort Avenit gesunken ist. Näm! Die Seite. Wenn du her hier bist, kannst du zurückfangen? Ich bin Suppenserecht. Da. Ja. Ich finde ich. Wenn du heben, komm Databäung. Geht was ich für ein Augenuss? Ja, ich musste leider ein bisschen defensiver spielen, weil der Minister mich die ganze Zeit anschießt. Aber ich hab... wie viel hast du Marcel? Wie viel? Ich hatte 10 HP, glaub ich. Ey, neue Regeln, Digga. Nicht einfach so auf irgendwelche Leute schießen, Digga. Ich hatte 37 HP, Minister. Dein Ernst. Nicht auf irgendwelche Leute schießen. Das Ding, das hätt ich Dead Trigger gehabt, wär ich so verraten gewesen, instant. Oh Dome, Junge. Du weißt es doch. Ich weiss es dir. Leider kenne ich keinen Traitor ey. Oh, Jake vertraut es dir. Wie? Vertraut es dir. Wieso? Er töte dich schon. Nein, Digga. Jake würde ich nicht töten. Er hat einen Bluff halt so. Warum Bluff? Er ist halt Bluff. Du hörst jeden töten als Traitor. Ein Detektor. Ja, aber er nicht. Die Deck Todas. Er ist halt aber kein... ...Dist du, weißt du? Ich fink. Oh, Dummy! Gibt's mir eine schöne Striper für mich? Jawoll, Digga. Ne, 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 gerne mit. Oh Mann. Das ist mir zu heikel. Ach, ich fühle mich nie sicher. Kann man sich hier testen lassen? Äh, ja, aber ich weiss nicht wie der funktioniert. Oh man. Die Leute sind so gefährlich. Was ist die Musik? Musikbox. What, ab? Mini, Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini ... Zappi! Hä? Was Barbie schießt? Wer schießt? Barbie? Das war der hier Ding... Ach man... Königseck, ich weiß nicht ob das richtig war, aber... Ich bin ein bisschen außer Konzept, da waren auf einmal Leute tot. Wo sind die Leute? Da vorne. Da waren auf einmal Leute tot. Tschüss! Ich hab keine Ahnung was da abging, Wallah. Er ist innocent gewesen. Was? Innocent gewesen? Ja ok, sie war Traitor. Und du auch. Was glaubst du, Murl? Ok, Achir, es ist perfekt. Ich wusste das du bist. Kleiner Stinker. Ich wusste es. Er war für dieses Gefühl, weißt du? So wie du ankommst. Jedes Mal. Ich wusste es. Ich hab das genau gehört, du Stinker. Wo bist du? Unsticky. Musikbox, Digga. Deins war... 1 gegen 1, wa? Der... Der ist oben im Haus. Oder lebt bis zu schon tot. Ah... Dead Ringer. Nice. Ah, ich musste nachladen. Was soll ich machen? Waffe wechseln? Waffe wechseln? Ja, Melissa ist scheiße, Alter. Warum? Ich hab zwei Stück rausgenommen. Echt? Ja ok, dann musst du doch nicht scheiße. Ich hab auf jeden Fall nur einen weggeholt, aber... Dreh immerhin nicht drüber. Ich sag nur, was ich denke. Ok, du bist auf Twitter. Vor allem, er ist Detective, wer glaubt. Ja. Ok, einfach mal alle jetzt Detective. Marcel ist Detective. Marcel, machen wir Pointless Test? Komm, ich mach. Machst du? Ja, mach ich. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da bleibt Huhn. Huhn, 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 Huhn. Ja, Cenk. Was? Ich bin hier unten. Ja, es kam was da. Ja, er war's. Oh nein, verpiss dich. Huhn, hallo. Ok, ich kann Melissa ausschließen. Sie ist es nicht. Ok. Ich hab grad einen Traitor getötet. Ich hab Cenk getötet. Bruder. Er war Traitor. Ja, das stimmt. Er hat noch einen Rage überhaupt. Er hat noch einen Rage überhaupt. Ja, die lebt noch hier die Barbie. Melissa. Ich weiß. Daumen würde mir die Taube reindrücken. Ich weiß. Daumen würde mir die Taube reindrücken. Gleich am Anfang. Was? Warum schießt du ich nicht? Digga, die ist es nicht, Melissa ist es nicht, Melissa ist es nicht, Melissa ist auch interessant. Was du nicht sagst? Jonny, wo bist du, Digga? Wo bist du? Ich hab die Zeit genutzt und Seele umgekillt. Wo bist du, Digga? Weiß ich nicht. Einfach auf allem raushalten, Digga, bis du es machen kannst. Ah, bo! Ah, fuck. Du bist nicht tot. Shit! Du bist nicht tot. Ah! Weg! Du bist du, Digga. Du bist du, Digga. Boah, wo du bist, Digga? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ha 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 weißt du bro ich bin hinter dir gespottet hast du dich gesehen ich sehe ihn halt nicht, das ist ein Problem Bitte Irgendwie leckt sich gar mehr bei mir Halt die Fresse Hm Dieses dumme Huhn Ha wie schreit der Er hat gespürt unser Leben Ich schwörs dir muss mich erstmal zusammenreißen wenn das Huhn gespawnt wird ich muss da immer lachen Ich liebe das finde Ich liebe dieses Huhn Ja genau diesen Sound alter ich liebe das Das ist so dumm alter Ich denk du bist Eldradoris Alter ich hab so lags ne Warum lagst du? Ufff Seht ihr das? Seht ihr wie ich lag? Ich seh dich nicht wo bist du denn? Alter Schwede Ich glaub ich Oh mein Gott ich kann nicht spielen Warum nicht? Hi Darf ich nicht? Ok ich kann so nicht spielen Hmhmhm Wenn du willst starten Leute lade ich dich nochmal ein Ah da wurde einer mit der Zauber gemacht Wo ist die Person gestorben? Weiß ich nicht Ach das ist der Detektiv Der hängt wieder mal unbewaffnet durch die Gegend Normal Boah das wird kreddisch mit oh boah Das wird nix mit spielen Ich glaub wahrscheinlich dass Melissa trait das Ich seh gar nichts Ich seh wirklich nur Das Ding ist der Sound vom Tod Das Ding ist der Sound vom Tod Wir waren weiter entfernt Jaja da war nicht so Wir waren alle Wir waren gerade alle nah bei landen Und Melissa war gerade die einzige Person Die ansatzweise weit entfernt war Möglich ja Ich hoffe jetzt funktionieren Oh dieser eine Baumschritte übelst der Warum kommst du her? Piss dich Raus aus meinem Haus Wie auch immer das ist Wo ist dein Haus lang? Klar irgendwer versucht gerade in mein Haus rein zu gehen Ey Was ist er? Hey Ja wir sind alle hier Lass mich raus Lass mich raus Mann Cenk Cenk Ich bin hier Was passiert jetzt? Melissa Wer war's? Wer war's? Wer war's? Ich Oh man Bis jetzt waren's Solim und ich und ich müssen's mal werden Oh Warte mal Dann kriegen zwei Leute erstmal direkt vorbe Warum? Bist du dabei? Ja klar Ich bin gefangen hallo Wo bist du? Ach da Ja Ja das ist die Tür Das ist die Tür Wenn du willst Wenn du willst Warte mal Ich lege zu ab Ich lege einfach zu ab Kannst du mir Taubigen werfen Marcel? Wie? Doch du bist es halt so weißt du Ja Oh ne Waffe Digga Ey wie komm ich weg? Ah warte mal Ah warte Ah warte Ich hab die Tür zugemacht Jetzt kommst du raus Au Au Ich grüße deine Auge Kannst du heißen kaum in die Fressehauen Ja Kannst du gerne machen Ich bin eh Detektiv Komm gibst du mir Nein nein Ach du du bist Traitor Ich bin Detektiv Bro Echtlich? Na schade Komm gibst du mir du schaust schon so Nein Detektiv? Jetzt Oh Vertraunste ist Mist Ne Geh mal weg Geh nach Hause Nix verkommst Na komm Ich weiß jetzt Descumbuladores Oh nein Ey Marcel darf ich den Handy drücken Komm Marcel komm hier runter wir machen Sniper Battle Heide Bist du bei? Ne Wir machen Sniper Battle Ich verliere Er sagt ne Ja wer will Sniper Battle machen? Achi Nein Warum? Marcel guckt mich die ganze Zeit so an Guck aufm Boden Aufm Boden Warum fragst du überhaupt Bist du Traitor Oder was? Nein Du schenkt der Kill Mach hol desert eagle machen Duell Ok warte wo ist eine? Ist hier eine? Das Ding ist du wirst eh scheißen rein scheißen Komm ich hab eine Ich hab eine Aber nur Abschluss Egal Glück Treffer So Heidi Wir können Wo bist du? Wir sind da bei diesem Fischhaus Woher soll ich wissen wo das ist? Da Rechts auf der Karte Da Hier komm runter Sollen wir runter erstmal? Ja wir machen hier unten Pfff Hier oder hier Wir sind nicht verantwortlich für diese Fahrzeuge Hier? Ne sind wir auch nicht Lass die weiter machen Irgendwer zählt runter Halte 3 2 1 Ok Hä? Das kam von da oben Um 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 Was ist passiert? Hä? Da kam von oben eine Taube runter geflogen Wir sind gestorben Da war's Achi Weil der war auf dem Haus Ey das ist doch kacke Ich wollt gegen ihn dwell Achhi war's Der war auf dem Haus Wer liegt denn da neben mir? Also er hat extra gesagt Veranstaltung Und nicht das Ja 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 Mhm Ja normal Nicht schlecht Lass ich muss gestorben Leid Irgendwas ist passiert Ich hab den gesinnert sind Also Marcel Marcel und Achi Ok Marcel Digga Du bist Filter Ich hab den gesinnert Ich hab den gesinnert Ich hab den gesinnert